Der östliche Westharz Ich frage mich nur, ob wir mit der Kiste den Arsch der Welt auch erreichen Ich kann so In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden Sie reagieren in Extremsituationen extrem Frau Holzmann Ich verurteile Sie Ich soll mich hier melden, wegen der Sozialstunden Wie viel? 40 Ich hab noch 31.433 Sozialstunden? Bis zur Rente Wie alt sind Sie denn? 37 Du stehst wieder zwischen zwei Männern? Kann doch jedem mal passieren Nein Kann es nicht Hallo Mann, sie ist so laut, Mensch Wir gehören zusammen Das ist mir endgültig klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben Sag mir bitte, dass hier irgendwo eine versteckte Kamera hängt Das wird nicht so gern Weißt du, ist ganz okay für eine Alte mit Stressfalten Danke Du auch Für eine Junge mit Pickelhintern Wissen Sie, was mir das ist? Völlig egal Genau Ja, was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten Wissen Sie, was ich mich ganz oft frage? Nein Wie viel Finger muss man in diesen Ventilator stecken für die Berufsunfähigkeit? Nicht mehr auch Wir brauchen unsere Klamotten und ein Handy Wir leben in unserer Gemeinschaft ohne Mobiltelefon Ach, das nennt ihr Leben? Hey!